Amira gibt Einblick in ihre Kinderbetreuung. TV-Karriere trotz zwei kleiner Kinder zu Hause? Das geht natürlich nicht ohne Hilfe. Wie Amira Pocher, 28, bei Pocher vs. Influencer zugab, wuppen sie und ihr Mann Oliver Pocher, 43, Jobs und Alltag mit ihrer Familie nicht ganz allein. Eigentlich sollte es nur ein kleiner Witz sein, ob Sam Dillon denn nicht Babysitter bei den Pochers werden könnte. Wenn sie mich mit den Kindern alleine lassen, gerne, witzelte der 30-Jährige bei Pocher vs. Influencer. Amira, ihr habt bestimmt pro Kind je eine Nanny, wendet sich Moderatorin Laura Vontora, 32, da an Oliver Pochers Frau. Oder habt ihr überhaupt eine Nanny? Auf das Thema angesprochen, antwortet Amira Pocher. Natürlich habe ich eine, das geht gar nicht alleine, wir haben Unterstützung. Amira und Oliver haben zwei sehr kleine Jungs zu Hause. Ob es sich dabei um eine tägliche Hilfe bei ihnen im Haus handelt oder einfach einen verlässlichen Babysitter. Wenn beide Pochers zusammenarbeiten müssen, verrieten sie an dieser Stelle nicht. Erst zu Weihnachten sind die beiden zum zweiten Mal Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Amira wurde überraschend wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes, 16 Monate, erneut schwanger. Und wie sie vor kurzem verriet, stellen die zwei Kleinen die Beziehung des Paares oft ganz schön auf die Probe. Gut, dass sie da Unterstützung haben. Die Pochers arbeiten beide weiter. Denn nach zwei Schwangerschaften hat Amira sich kaum Pause gegönnt und arbeitet weiter an der Seite ihres Ehemannes. Dass eine Nanny aber nicht heißt, die Kids permanent abzugeben, zeigt Oliver in seiner Zusammenfassung von Pocher vs. Influencer auf Instagram. Da rattern leise im Hintergrund die Rede eines Kinderwagens, den er offenbar gerade vor sich herschiebt. So geht Beruf und Karriere eben auch. Pocher vs. Influencer auf TVNOW. Sie haben Pocher vs. Influencer verpasst? Die ganze Sendung steht bei TVNOW jederzeit zum Online-Appruf bereit. Die Sendung steht bei TVNOW.